So, wollen wir jetzt einen Film ansehen oder was? Sorry Kumpel, morgen ist Schule. Für dich geht's jetzt ab in deine Höhle. Was? Es ist doch noch hell draußen. Du weißt doch, wie du bist, wenn du müde wirst. Hallo, ich bin nie müde. Ihr seid voll uncool. Ja, ja, ich weiß. Boah. Wo willst du denn hin? Ihr habt gesagt, ab in meine Höhle. Ja, genau. Oh, Mann, wie krass ist das denn bitte? Ich fass es nicht. Ich hab dir... Es ist alles da. Check das ab, der Hammer! Der Sitzsack, Wahnsinn! Wie habt ihr das... Ihr habt alles hergebracht. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es! Tja, dann... Willkommen zu Hause. Ich danke euch. Tausendmal. Oh nein, vergiss es! In meinem Zimmer sind keine zweitbesten tierischen Freunde erlaubt. Was soll das? Lass mich in Ruhe! Oh, hör auf! Ich warne dich, ich hab nun Chakus. Okay, hör auf, schon gut. Du darfst bleiben. Mein Verstand bleibt doch an diesem Ort ungetrübt. Ist es nicht so, ich hab' den Steinmal ins Rollen. Dann bringen wir den Steinmal ins Rollen! Wir sind doch nicht auf den Kopf gefallen! Ha, 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 ha! Nicht auf den Kopf gefallen! Kommt schon! Das ist zum Schreien! Was ist denn los mit dir? Hier! Die Lage ist die! Unbewohnter Planet! Keine Ressourcen, keine Vorräte, kein offenkundiger Weg nach Hause! Ein geringerer Mann wäre den Tod geweiht! Bis Weihnachten bin ich wieder zu Hause! Nicht den Kopf verlieren! Ha, 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 ha! Kommt schon! Warte ich mal locker! Laute ich weiß. Kommt schon! Die Gästehrein! Der Schreie-Have der Schreie-Have.